Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Workshop unter Magix Video Deluxe Premium und wir möchten uns nun ansehen, wie wir innerhalb dieses Videoschnittprogrammes ein paar Farbkarten auf unser Ausgangsmaterial legen können, die Deckkraft individuell bearbeiten können, die Farbe davon ändern können, sowie die Richtung der Animation. Was meine ich damit genau? Sie sehen hier mein Ausgangsmaterial und darauf legen sich dann all diese unterschiedlichen Farbkarten. Das ist im Prinzip immer ein und dieselbe Farbkarte, nämlich diese blaue hier. Ich habe mir diese dann hier jeweils auf diese Spuren verteilt und jeweils individuell bearbeitet in Bezug auf deren Farbe und Animation. Natürlich habe ich diese Farbkarte auch jeweils zurechtgeschnitten und wie im Einzelnen das dann genau aussieht, schauen wir uns jetzt einmal an. Wir gehen zunächst einmal hier an die erste Farbkarte hin, das wäre dann diese hier. Wir könnten im Prinzip die anderen auch jeweils ein Stück kürzer ziehen, ist aber im Prinzip egal, warum, werden sie gleich verstehen. Gehen wir hier einmal mit einem einfachen Klick auf unsere erste Farbkarte und dann auf die Effekte. Wir haben dann hier unter Position und Größe erst einmal die Farbkarte so zugeschnitten, dass diese eben nicht mehr bildfüllend ist und mithilfe des Ausschnittes. Hier sehen Sie dann die komplette Farbfläche, wie diese eigentlich aussieht, aber unter der Position und Größe konnten wir das hier anhand von Höhe und Breite, sowie links und rechts und oben und unten verschieben, sodass wir jetzt hier die Farbfläche in diesen Teil des Bildschirms eingeteilt haben. Zudem fällt Ihnen auf, dass diese blaue Farbfläche hier hinein geflogen bzw. animiert kommt. Das habe ich erstellen können, indem ich hier ganz einfach bei der ersten Sekunde hier unserer blauen Farbfläche den Startwert dieser blauen Farbfläche hier unterhalb angeordnet habe. Wenn ich jetzt hier ein Stück weiter nach vorne gehe, kommt diese Fläche rein bis zum zweiten Keyframe hier und Sie sehen, wie sich hier bei der Position die Werte ändern. Das macht es uns also möglich, dass wir ganz einfach diese Farbfläche irgendwo positionieren können und dann beim nächsten Keyframe bis zu dem nächsten Keyframe irgendwo platzieren können und dieser Weg wird dann hier eingeblendet. Im nächsten Schritt gehen wir mal auf die zweite Farbfläche, dann sehen wir hier schon die Umrandung. Die kommt hier schon leicht rein, die hatte ich so hier hin platziert und anhand der Keyframes dieser Farbfläche, also der lilanen, die hier jetzt reinkommt, sehen wir haben wir hier Keyframe 1, Keyframe 2 und da hat sich noch nichts geändert, denn in diesem Bereich unseres Videos kommt erst einmal die blaue Farbfläche eingeflogen. Das bedeutet, wir müssen zwischen diesem Bereich hier, während sich die blaue Farbfläche also einblendet, unsere nächste Farbfläche hier noch unterhalb lassen. Und jetzt von Keyframe 2 zu Keyframe 3 kommt unsere Farbfläche dann hier reingefahren. Ich habe das dann wieder mit Position und Größe so zurecht geschoben, dass wir hier genau anliegen, ebenso hier kein Platz dazwischen liegt und wir hier quasi parallel die zweite Farbfläche einschieben. Jetzt werden Sie sich fragen, okay, wie hat er jetzt die Farbe geändert? Das ist auch wiederum gar nicht kompliziert, denn Sie sehen hier weiter oben einmal die Farbkorrektur. Hier können Sie drauf gehen und dann können Sie hier ganz einfach, und Sie sehen es jetzt auch schon im Vorschaufenster, die Farbe dieser Farbfläche individuell angleichen. Jetzt wird Ihnen noch eine weitere Feinheit aufgefallen sein und zwar haben wir ja die Möglichkeit, hier durch diese Farbkarten durchzuschauen. Das bedeutet, die Deckkraft dieser Farbkarten ist jeweils nicht bei 100%, sondern darunter. Das sehen wir, wenn wir hier einmal hingehen an unser Video, also in dem Fall jetzt hier der lila Farbbereich, dann haben wir hier diesen Pfeil. Mit diesem Pfeil, wenn wir hier mal nach ganz oben gehen, sehen Sie jetzt im Vorschaufenster hat dieser Farbbereich seine volle Deckkraft zurückerlangt. Da wir aber ja sehen möchten, was darunter liegt, können wir das hier wieder runtersetzen. Und je nachdem, wie weit wir das runtersetzen, wird das dann noch durchsichtiger oder eben in die andere Richtung wieder weniger durchsichtig. Ich finde hier einen Mittelwert ziemlich gut. So sehen wir wunderbar unsere Farbkartenkombinationen und auch den Hintergrund. Gehen wir einmal zu unserem dritten Beispiel, die dritte Farbkarte. Hier habe ich auch wieder anhand der Farbkorrektur eine gelbliche Farbe ausgewählt und unter der Position und dem Zuschnitt, den Sie hier unter Ansicht Animation wiederfinden, habe ich dann genau das gleiche gemacht wie mit der lila Farbkarte. Zu Beginn haben wir hier einen Warteraum, in dem sich für diese dritte Farbfläche nichts tut. Und ab diesem Keyframe hier kommt dann die dritte Farbkarte, ebenso wie die zweite hier hinein, eben nur in gelb. Etwas kleiner vielleicht auch und wieder hier genau anliegend, sodass wir hier synchron sind. So weit, so gut. Keine Neuerungen also auf der dritten Farbfläche. Hier bei der vierten Farbfläche haben wir dann schon eine kleine Änderung, denn hier geht unser Video erst später los. Denn Sie müssen wissen, es ist im Prinzip egal, ob Sie jetzt das Video hier trimmen würden und so hier ranziehen. Oder aber wenn ich das hier unter Bearbeiten und rückgängig wieder rückgängig mache und hier draufklicke, dann sehen Sie, haben wir hier jetzt die Änderung direkt am Anfang. Das liegt daran, dass wir hier eben vorher keine Farbfläche haben. Wenn wir jetzt diese Farbfläche hier vom Beginn an hätten, dann müssten wir, wie auch zuvor gesehen, hier Keyframe für Keyframe setzen, sodass sich hier eben noch nichts tut und dann ab der Änderung einen Keyframe setzen, der sich ändert. In unserem vierten Beispiel habe ich das Ganze etwas getrimmt und so die Möglichkeit, einfach direkt das Farbfeld einfliegen zu lassen. Auf die gleiche Variante habe ich das dann mit der unteren Farbkache gemacht, mit der letzten. Sie sehen, es fehlt jetzt hier noch ein Dreieck und dieses Dreieck kommt jetzt auch ganz normal hier hinein, wenn ich einmal auf Play gehe. Dann haben wir hier eine hellbläuliche Farbkachel in Form eines Dreieckes zur Bildfüllung hinzugelegt und das Bild somit überall mit Farbkacheln belegt. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kann diese waagrechte Kachel hier überhaupt als Dreieck reinkommen. Das ist ganz einfach, Sie müssen sich vorstellen, das geht hier immer weiter wie ein Viereck und wir haben das Viereck einfach so groß gemacht und dann nur die untere, längliche Seite hier hinein animiert, sodass man den Rest des Viereckes, das hier natürlich weitergeht, jetzt nicht mehr sehen kann. Das bedeutet, wir haben hier diese Fläche als Dreieck mit Hilfe unseres Vierecks zusammengeschlossen. So bringen Sie Variation in Ihre Farbkartenkombinationen. Sie können das Ganze natürlich auch, wenn Sie mehr sehen wollen von dem, was dahinter liegt, weniger stark mit der Deckkraft ändern, wie jetzt zum Beispiel im letzten Beispiel mal so, aber das wäre jetzt eben die Deckkraft bei 0, das bringt nichts. Ein bisschen höher, dann sieht das so ein bisschen vernebelt aus. Auch kein schlechter Effekt, so können Sie mit den Farbkombinationen wunderbar spielen und auch besondere Effekte erzielen. In meinem Beispiel möchte ich das hier etwas stärker und dominant haben, damit Sie eben bestmöglichst sehen können, was sich hier tut. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Und so kommt zunächst unsere Farbkachel hier etwas schräg hineingeflogen, positioniert sich dann in der oberen linken Ecke, ehe dann hier die zweite Kachel kommt, die dritte, die vierte und die fünfte in Form des Dreiecks. Je länger dieses Hintergrundvideo nun anhält, umso mehr wird Ihnen hier gegen Schluss auffallen, dass wir jetzt hier eigentlich gar nicht mehr viel erkennen von unserem Hintergrund. Und auch das hat einen Grund, denn ich habe auf das Hintergrundmaterial ganz einfach einen Effekt angewendet, nämlich den Effekt der gaussischen Unschärfe und diese gaussische Unschärfe sehen Sie hier auch animiert. Das heißt, ich habe Keyframes gesetzt, sodass man hier von Sekunde 0 des Videos bis zu diesem zweiten Keyframe keinerlei Änderungen hat, was die Unschärfe im horizontalen sowie vertikalen Bereich betrifft. In diesem Bereich hier jetzt hingegen ändert sich das, denn ich habe hier meinen Effekt dementsprechend so hinanimiert, dass wir hier jetzt im Hintergrund eine Unschärfe erzeugen. Auch ein sehr schöner Effekt, der sich oftmals sehr gut auf diverse Dinge anwenden lässt. Soviel also nun zu meinem kleinen Projekt unter Video Deluxe Premium und ich freue mich schon, wenn Sie auch beim nächsten Workshop wieder mit dabei sind.